Norddeutscher Rundfunk Das war ein paar Mal. Aber halb wird doch mal, ja? Wie ist das, ja? Wie ist das, ja? 2, 3. Tor! Ja! Inhalts! Ach, du Scheiße. Schöne Kelle! Wenn du so einen Schritt machst, bist du nach so einem Schritt. So alle? Kontinuiert. Boah! Ehrlich gesagt, im Nachhinein fand ich 4. 4-1 war noch, ne? Also jetzt könnte ich jetzt nicht die Stimmung geben. Boah! Alter! 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 Das ist Abzahlen für rote Karte. Das geht da gar nicht. Boah! 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 Alter! Boah! Alter Verweißer! Boah! Boah! Ich könnte mir vorstellen, dass der Bisschen ist. Der Bisschen. Der Bisschen. Der Bisschen. Der Bisschen. Ja, aber da bin ich dann. Ich hab dann auch für 9 nur den Drücken. Ja, ja, ja. Ah! Wir sind quasi gegen beide. Meister 2.0. Also ganz ehrlich. Mordov hatte das 2. Spiel gegen uns. Da haben wir schon ein bisschen... Könnte ein Vorteil gewesen sein. 12.30 Uhr, 12.30 Uhr, dann eben schon nach Hause gehen. Wie weit ist denn das? Von hier nach Mordov? Das ist dann nicht morgens los. Macht keiner das? Was ist denn? Sonst hat er losgefahren. Ich dachte, ich würde die... Ja, gut. Hier wahrscheinlich... Das ist aber... Zack. Das war gut. Das war ganz... Das war ganz ehrgeizig immer wieder. Der kommt einer muss helfen. Oh, man, ey. Mann, ey. Mann, das war richtig. Echt? Nix. Weitere Schauspieler! Da geht's doch gar nicht! Wie hab ich das Gefühl, dass sie heute noch der Kante ist? Oh, da war doch offen! Alles frei da! Kommt sie, komm mal! Komm, das ging rein da jetzt! Nicht lustig! Komm, das ging rein! Komm, das ging rein! Komm, das ging rein! ... 96, Uli! Oh! ... geht's hier! ... geht's hier! ... das ist toll! ... ein Schließer. ... das ist ein Abfall! ... und so sehr, die Bote. ... ... ... ... besser kriegt er noch mal die Abrufe! ... 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 Die Halbzeitpause wird präsentiert. 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 Die Halbzeitpause wird präsentiert.